Als Produktionsleiterin fertigt Sarah mit ihrem Team Verpackungen für Konsumgüter, Warendisplays und Schaumstoffeinlagen. Ihren Produktionsworkflow automatisiert sie mit Hard- und Softwarelösungen von Zünd. Für die effiziente Arbeitsvorbereitung setzt Sarah auf Prime Center. Die Vorstufensoftware vereinfacht die Datenaufbereitung und eliminiert Fehlerquellen. In der Cut-Queue sieht sie die Produktionszeiten der einzelnen Aufträge. Diese Zeitangaben sind auch für die Offerterstellung sehr hilfreich. Zudem werden in der Cut-Queue die Aufträge gemäß Bestelleingang priorisiert und in der richtigen Reihenfolge verarbeitet. Dank automatischer Materialzuführung mittels Board Handling System, kurz BHS, kann sich Sarah während des Zuschnitts um andere Dinge kümmern. Der Zünd D3 Cutter verfügt über zwei Balken, was einen doppelt so hohen Materialdurchsatz ermöglicht. Sarah kann den D3 flexibel konfigurieren und bis zu drei verschiedene Werkzeuge pro Balken einsetzen. Die Bogenentnahme ist mit einem Stacker ebenfalls automatisiert. Das Monitoring-Tool Zünd Connect zeigt an, welche Produktionsschritte oder Schichten Optimierungspotenzial aufweisen. Automatisieren auch sie den Zuschnitt mit Zünd.